So, 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 so. Aber wir machen erstmal noch ein bisschen weiter, weil wir werden noch mehr brauchen davon. Dann gehen wir mal gleich hoch und bauen mal so den Anfang und sobald es wieder dunkel wird, gehen wir wieder in eine Mini-Höhle rein. Eigentlich könnten wir sogar eine kleine Höhenabkundung machen, fällt mir gerade auf. Da ich ja eh Eisen und so ein Zeug brauche, wäre das gar nicht mal so doof. Aber erstmal bauen wir weiter die Stones ab. Nun komm schon, wenigstens ein Stückchen Eisen oder ein kleines Stückchen irgendwas. Ja, 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 immer weiter, immer weiter. Was war denn das gerade für ein Geräusch? War das gerade ein Skelett? Naja, scheiß die Wand an, wa? Wenn jetzt hier ein Skelett kommt, dann... Aber zacken du es da hier drin, dann aber Halleluja. Also, bitte nicht, ja? Jetzt baue ich ja keinen Müll. Also, wir müssen mal die Stones hier noch schnell rausnehmen. Wir müssen jetzt nämlich gleich mal hoch. Aber eigentlich kann ich das Zeug einfach hier stehen lassen, wa? Ist eigentlich egal. So, hier mal wieder acht. Dann mache ich das Ding mal wieder voll. Ne, ich hab gesagt voll. Hau nochmal ein bisschen Kohle rein. Dann machen wir den hier nochmal ein bisschen voller. Und hauen hier auch nochmal voll rein. Voll reingehauen. Und so. So, das da hin, das da hin. Und das da hin. Und das da hin. Ne, 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 ne. Das da hin. Und dann blub. Jetzt noch mal ein paar. Ei, 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 ei. Hier haben wir nur ein tonnenweise Gravel mitgenommen. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, es ist jetzt hell. Was muss ich mit nach oben nehmen? Ich weiß es noch nicht mal. Also, keine Ahnung. Ich brauche mal hier so ein Bett hin. Eigentlich. Eigentlich ja nichts, oder? Leitern wäre ganz geil gewesen. Natürlich keine mitgenommenen Idiot. Wäre ja auch zu viel des Guten gewesen. Egal, gehen wir mal raus. Gucken wir mal, was passiert. Hier, weg. Ich spring mal hier ins Wasser rin. Bevor uns jemand auf den Kopf fällt. Ach, du Scheiße. Ein Creeper. Oh, wir wollen da oben hin. Naja. Der wird ja jetzt noch eine Freude werden. Wo ist hier irgendjemand? Hallo. Ah, da hinten ist sein Gebäude. Kann man ja auch schön erkennen. Da ist noch eine Spinne. Die dürfte aber nicht mehr aggro sein. Aber der Typ. Der ist aber richtig aggro. Und der bleibt auch aggro. Für immer. So viel ist man sicher. Wir werden uns mal ein Schwerte machen müssen. Nehmen wir mal ein bisschen Raw Chicken mit hier. Ja, doch. Ein Schwert wäre schon cool jetzt. Ach. Verdammter Müll hier schon wieder. Naja. Naja. Da ist ein bisschen Kohle noch. Und wie habe ich das Bedürfnis, diese Kohle mitzunehmen. Eigentlich ist auch der Typ noch viel besser zum Hochgehen, oder? Naja. Naja. Dich nehme ich auch noch mit. So viel ist man sicher. Klingt ja auch immer wieder Hunger. So. Wir nehmen mal das bisschen Kohle noch mit. Könnte ja hilfreich sein. So. Oh. Oh, jetzt auch los. Kein Creeper, ey. Wir hätten doch Penn gehen sollen. Das war verdammt fahrlässig von mir. Naja. Gut. So, jetzt reichen das bisschen. Ach. Wir brauchen eh noch Schaufeln. Ich muss ja eh nochmal zurück. Also daher ist es jetzt eh egal. So, den oder den Berg. Der sieht da oben schon so ein bisschen nach der Form aus, immerhin. Ei, 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 ei. Ach, und da oben ist vielleicht die Höhle, wo wir das Skelett gehört haben, oder wie? Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Will ich auch ja nicht wissen eigentlich, ganz ehrlich gesagt. Weg. Höp. Äh. Nun, komm schon. Hier hoch. So, hier. Bam. Also erstmal ganz wichtig. Wenigstens ein Schwert, wollen wir haben. So, und jetzt wollen wir bestimmt zweimal das Ding hier. Ach, Mann. Zweimal. So. Zwei davon und nochmal zwei davon. So. Bam. Jo, die nehmen wir mit. Und dich nehmen wir übrigens mal auch mal mit. Nur zur Sicherheit. Ich könnte mir ja gebrauchen. So, die nehmen wir auch noch schnell mit. Und dann nehmen wir auch noch die schnell mit. Den Rest lassen wir mal hier unten kurz. Und dann. Ui. Ich hab aber auch hier genau so eine Spalte geparkt. Wo von allen Seiten was kommen könnte, ey. Ja, also in Locations suchen bin ich auf jeden Fall in Gott drin. Sieht man ja auch schon. Ich, äh, lagere mich immer. An den ungünstigsten stellen. Äh, schaufel, schaufel. Hier, schaufel. Ah, komm. Weg. Weg, weg. Weg. Ich muss hier hoch. Man kann sogar mal hier auf seine Leiter sehen. Mensch. So. Drum. 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 Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier. Hier. Und hier. Das geht mal weg. Ach. Du Heiliger. Nee, ich will hier schon hoch irgendwie. So, so, so. So. So, und Leitern wären doch cool gewesen. Naja, muss ich noch machen. Machen wir noch. So. Jetzt einfach hier hoch. Ah, Mensch. Was ist das für ein Scheißberg? Komm schon. Jeppa. So, da sind wir. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen was davon abtragen, von dem Zeug hier. Weil sonst, äh, würde es ein sehr komischer Turm werden. Fangen wir einfach mal an. Wir machen damit eine Menge Dirt auf jeden Fall. So, ich bin mir schon mal sicher. So, und du auch noch. So, und die Etage muss ich auf jeden Fall auch noch weg. Denn diesmal baue ich den Turm lieber zu groß als zu klein. Wie gesagt, ist mir halt schon mal passiert. Man könnte auch von dem Turm aus, ich glaube, ich werde den Turm so gestalten, dass man irgendwo in der zweiten Etage des Turms dann auch eine, oder vielleicht sogar eine erste Etage direkt, eine oberirdische, ja, eine oberirdische U-Bahn, in Anführungszeichen, bauen könnte, die auch direkt zu seinem Haus rüber verläuft. Dürfte auf einer Höhe ungefähr liegen. Sieht ganz gut auf jeden Fall aus. Und man könnte sich natürlich auch nach unten bauen dann, um direkt in den Untergrund zu gehen. So eine Art kleiner, so eine Art Turmbasis sozusagen. Naja, schauen wir mal, wie wir das machen. So reicht das jetzt von der Größe her. Machen wir mal die beiden hier weg. So, dün-dün-dün-dün-dün, dann machen wir mal die beiden hier weg erstmal. Oder ich baue... Ne, 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 wir machen das anders. Wir machen das anders. Dann nehmen wir mal die hier, die 64. und machen uns das einfach selber eben, wa? So, bam, bam, bam. So, zack, zack. Dürfte zwar unsymmetrisch sein, aber scheiß drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Äh, ja. Egal, das lassen wir jetzt so. Ob wir eigentlich einer der Teile müssten, auch, hm. Hm, knifflig, knifflig. Ganz kurz mal, ganz kurz mal, kurz husten. So, da sind wir wieder. So, jetzt müssen wir hier, so, da, da, da kommt das, da kommt das. Hier geht's hoch. So, hier brauchen wir einfach auch noch was. Und dann, ja, so passt das schon irgendwie. Dann holen wir mal die guten Stones raus hier. So, zack. Und zack. Und fangen einfach mal hier so an. So, zack, 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 zack. Zack die Zack, die Zack. Nein. Verdammt. Wird daraus dann wieder ein... Jo, wird. Cool. Äh, da es grad so schön passt, wenn wir mal ne Doppeltür da draus machen. Warum auch nicht, wa? Wenn man's schon mal hinbekommt. So, hier geht's da in die Höhe. Und höp, höp. Höp, höp. Eieiei, wir haben ja überhaupt keinen Stone eigentlich. Das ist ja viel zu wenig. Naja, naja. Ja, vielleicht gehen wir gleich wirklich mal kurz in den Untergrund für ein paar Sekunden. Ah, da kommen mal die ganzen Spinnen und so. Ih, wird das eklig. Aber ich will nicht sagen, hier müssen auch noch Fenster rein, ich Idiot. Ach, bin ich schon wieder doof. So, Fensterchen. So, man kommt direkt mal rein. Man will ja auch schon mal was sehen. Dann machen wir hier mal so ein Viererfenster rein. Halt, hier geblieben. Am besten aus diesen Eisengittern passt der. Ach, verdammt, schon wieder runtergefallen. Kann doch nicht sein. So, dann bauen wir das Vier noch schnell hoch. Und dann gehen wir mal in den Untergrund rein. So, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Zack, zack. Und zack, zack. So, für den Anfang ist es ja schon mal etwas. Wir können sich einfach hier aus die Wüste und sein Haus sehen. Ist ja auch ein Traum. Ja, eine Sache machen wir noch hier ganz kurz. Wir bauen uns mal kurz hier hin und bauen uns mal wenigstens schnell zwei Holztürchen. Oh, wie sieht das hier ein bisschen spärlich aus? Kann man ja nicht so stehen lassen, finde ich. So, blump und blopp. Und es wird gerade eh dunkel, also können wir auch direkt nochmal pennen gehen. Autsch. Hüpp. Oh, jetzt ist Maria. Halleluja, Halleluja. Der war aber knapp. Ich hab schon wieder mein Leben vorbeiziehen sehen. Ah, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. So, bauen wir mal zu. Hier hinten sollte nichts spawnen. Genauso wenn nicht wie hier. Der wird von hier nicht abgeschossen werden. Mache ich auch den Scheiß mal hier zu. Baut das Bett nochmal ab. Baut das mal lieber ein bisschen weiter hier ran. Und auch hier werde ich zubauen. So, dann werde ich mal den Crafting Table hier hinstellen ganz kurz. Holen wir mal die Teile hier raus. Und dann gucke ich mal hier nochmal rein. Die nehmen wir auch mal mit. Packen da nochmal ein paar rein. Hier die eine Kohle, die wir mal hier mitnehmen. So, blablab. So, dann brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir schon... Oh nein, verbrennt das Zeug noch nicht. Ich hab das Zeug wieder her. Braucht noch. Mensch. So, hier. Machen wir uns mal ein paar Spitzhacken. Aus gutem, altem, soliden Stone. Gleich drei am besten. Kann er nicht schaden. So. Ein Schwert ist ja bedeutend wenig. Davon machen wir am besten mal zwei. Hoffen wir mal, dass die reichen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. So ein bisschen... Dirt. Dirt, 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 dirt. Packen wir mal hier hin. Mal hier hin. Dirt mal hier hin. Dirt mal hier hin. Dirt mal da hin. So, jetzt packen wir mal hier rauf. Und... Ja. Jetzt stacken wir auch mal mit. So, was haben wir? Stein hier. Ah, doch eine Sache müssen wir immer noch machen. Wir machen uns mal kurz mal eine Truhe. So, bam. Denn ich habe keine Lust, den ganzen... Ähm... Das ganze Storm, was wir brauchen, jetzt mitzunehmen. Und dann unten zu verrecken. Das sägne ich schon mal kommen. So, die können wir eigentlich mitnehmen. Ja, das Zeug hier auch. Ja, das auch. Dezent. Ja, den ganzen Müll, den kannst du eigentlich auch hier lassen. Warum ich den Sand mitnehme, weiß ich eigentlich gar nicht. Der ist eigentlich ziemlich unnütz. Äh... Naja, aber... So. Schwert raus. Penn. So. Mal ganz kurz nochmal.